Hallo Fußballer Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute beim Kicktalk geht es um ein neues Projekt, was wir im Sinne des Kicktalks nun machen werden und zwar um den Kader der nächsten Saison und heute von Borussia Mönchengladbach. Wir werden es ähnlich wie beim Bundesliga-Check machen, wir werden alle 18 Bundesligisten analysieren und wir werden drauf gucken, wie der Kader der nächsten Saison aussehen könnte. Wichtig dazu ist natürlich zu sagen, es ist alles nur eine Prognose, wir gucken auf die Gerüchte des Vereins, die es aktuell gibt, um neu zu gehen, um Abgänge, wer schon fest steht, dass er geht, wer schon fest steht, dass er kommt und vor allen Dingen auch um eine mögliche Aufstellung, wie in diesem Fall Borussia Mönchengladbach im nächsten Jahr, in der nächsten Saison spielen könnte. Bei Gladbach ist die Situation der folgende, man steht auf einem wirklich extrem starken dritten Platz, man sieht stark danach aus, dass Champions League gespielt wird, auf jeden Fall europäisch, damit kann man denke ich mal schon rechnen und somit heißt natürlich auch, dass der Kader verbreitet werden muss. Es müssen noch ein paar Spieler kommen, die vor allen Dingen auch Qualität mitbringen und darauf gucken wir heute. Erstes Thema sind Gerüchte um Abgänge, somit können wir dann noch darauf gucken, wer vielleicht neu kommen sollte und wie dann eben auch der Kader aussieht ohne diese Spieler. Also Gerüchte um Abgänge gibt es einige, wir sehen hier auf dem Bild Matthias Ginter, er ist eines von vielen Gerüchten. Matthias Ginter, Nico Elwedi, Dennis Zakaria, Jonas Hofmann und Thorgan Hazard. Feststehende Abgänge gibt es bei Gladbach aktuell noch nicht, zumindest Stand heute, da kann es natürlich immer mal wieder schnell etwas ändern. Matthias Ginter steht da vor allen Dingen auch im Fokus der Premier League. Tottenham Hotspurs wurde da zumindest, oder zum Beispiel schon einmal genannt, die wohl Interesse am Defensiv-Allrounder haben. Er kann ja rechts hinten spielen, er kann Sechser spielen und eben seine Stammposition des Innenverteidigers. Dass er hat sich in Gladbach zum Führungsspieler entwickelt, nun klopft eben die Premier League an die Tür von Matthias Ginter. Aber ich glaube da in dem Falle wird Ginter auf jeden Fall noch bleiben. Er ist endlich auch Führungsspieler einer Mannschaft, er ist gesetzt in der Innenverteidigung, genau das was er wollte und er spielt nächster Champions League in Gladbach. Was will er mehr? Anders sieht es bei Nico Elwedi aus. Da glaube ich könnte der nächste Schritt folgen, auch da gilt die Premier League als Interessent. Denn vor allen Dingen, Manchester City hat wohl schon Interesse angemeldet. Nico Elwedi, auch er ist der Innenverteidiger bei Gladbach, er ist der Partner von Matthias Ginter. Bei ihm glaube ich schon, dass bei einem passenden Angebot was gehen könnte und dass bei ihm auch eher ein Wechsel vorstellbar ist von der Persönlichkeit her als bei Matthias Ginter. Dennis Zakaria, er wurde ja mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, dort könnte er die Rolle einnehmen. Falls zum Beispiel bei Dortmund außer Delaney und Witzel keiner bleiben sollte, wie ein Mammut Dahoud zum Beispiel, falls der gehen will, weil er mehr Spiele haben will, dann könnte Zakaria vielleicht ein Thema werden. Aktuell ist er bei Gladbach nah dran in der Startelf, er ist jetzt nicht klar gesetzt. Das gibt es ja jetzt bei Gladbach erstmal nicht mehr, dass es wirkliche Stammenspieler gibt. Aber in diesem 3-Mittelfeld hat es Zakaria eben wirklich schwer gesetzt zu sein. Deswegen könnte es natürlich schon gut sein, dass er vielleicht, je nachdem welche Möglichkeiten es gibt, im Sommer Gladbach verlassen könnte. Jonas Hofmann, er spielt die stärkste Saison seiner Karriere auf der Achterposition, spielt er überragend in jedem Spiel, wo er spielt. Zeigt einfach, was er drauf hat, er hat sich zum Leistungskräger entwickelt. Logischerweise klopfen nun noch andere Klubs an. Die Spurs, also Tottenham, wurde auch bei ihm genannt. Die haben wohl großes Interesse. Ich glaube aber nicht, dass er Gladbach verlassen wird. Er spielt diesem 4-3-3 eine zentrale Rolle unter Dieter Hecking. Er hat richtig gut gespielt. Er weiß auch, was er an Gladbach hat und nämlich, dass er seine Leistungen zeigen kann, dass er übermäßig gut spielen kann. Nächster Champions League. Er wird meiner Meinung nach bei Borussia Mönchengladbach bleiben. Bei Zorgen Hazard sieht es komplett anders aus. Auch er spielt richtig, richtig gut auf den Flügeln der Gladbacher, sorgt er für Furore. Und Borussia Dortmund hat wohl großes Interesse daran, ihn als Nachfolger für Christian Pulisic nach Dortmund zu lotsen. Da könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass Hazard gehen wird. Er wurde da immer mehr mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Chelsea wurde oft auch genannt. Dort spielt er aktuell seinen Bruder Eden. Und nun eben auch Borussia Dortmund, vor allem aber auch die Premier League. Wie gesagt, auch mit Chelsea, mit anderen Vereinen sind da ein Thema. Ich bin sehr gespannt, ob Torgen Hazard bei Gladbach bleibt, ob sie ihn halten können. Ich glaube eher, dass er im Sommer wechseln wird und ordentlich Kohle in die Kasse spielen wird. Dann braucht man natürlich logischerweise auch Neuzinge. Sollten diese Spieler gehen, sollten welche von denen eben, oder zwei, drei Spieler von denen gehen. Aber man braucht eben auch Neuzinge, weil man nächstes Jahr Europäisch spielt. Wir sehen hier einmal auf dem Bild Andreas Christensen und Max Kruse. Zwei Personalien, zweimal Ex-Gladbacher und beidesmale sehr interessante Spieler. Wir gucken aber auch weitere Spieler, die kommen könnten. Aber erst einmal Andreas Christensen. Er hat richtig gut gespielt in seinen zweierlei Jahren bei Gladbach. Die Gladbacher hätten ihn gerne darüber hinaus gehalten. Das war leider nicht möglich. Nun ist Christensen bei Chelsea Innenverteidiger Nummer drei. Hinter David Lewis unter Tone Rüdiger. Langfristig will er natürlich mehr. Ob er aber deswegen im Sommer zu haben ist, ist aktuell noch fraglich. Je nachdem, wie es sich bei Chelsea entwickelt. Ich glaube, dass andere Spieler eher eine Rolle spielen könnten in den Gladbacher Überlegungen. Denn Niklas Starken zum Beispiel. Er spielt erneut eine wirklich gute, solide Saison bei der Hertha. Er hat Potenzial, dass er ein richtig, richtig guter Bundesliga-Inverteidiger werden kann. Er muss meiner Meinung nach im Sommer aber den nächsten Schritt gehen. Bei Hertha ist es aktuell schwer, regelmäßig europäisch zu spielen. Bei Gladbach hat er nicht sehr die Chance dazu. Und ich glaube, Niklas Stark würde perfekt zu Gladbach passen. Vielleicht auch als Nachfolger für Nico Elwedi. Als weiteren Innenverteidiger noch Youngstar William Saliba. Wahrscheinlich kennen ihn von euch viele gar nicht. Ich habe ihn vorher auch noch nicht gekannt, bevor ich ihn bei den Gerüchten gelesen habe. Er ist natürlich noch ein sehr junger Innenverteidiger. Und er könnte eben die Rolle einnehmen, hinter einem Toni Janschke, hinter dann vielleicht Niklas Stark, hinter Matthias Ginter, Innenverteidiger Nummer 4 zu sein. Mit Potenzial eben dann eine solide Rolle zu spielen, finde ich vorstellbar. Tim Leibold ist eine Überlegung von mir. Der wurde noch nicht mit Gladbacheren-Verbindungen gebracht. Aber auch darum soll es ergehen. Eigene Spieler mit reinzubringen bei diesem Projekt, bei dem Kader in der nächsten Saison, den man sich vorstellen kann. Und Tim Leibold kann ich mir bei Borussia Mönchengladbach wirklich sehr gut vorstellen. Links hinten ist Gladbach mit Pauls und Wendt nominell gut aufgestellt. Pauls ist noch sehr, sehr jung, spielt noch keine wirkliche Rolle. Wendt ist dann schon im gehobenen Alter und sein Vertrag läuft auch aus. Also da könnte vielleicht auch noch ein Abgang stattfinden. Und Tim Leibold, glaube ich, würde sehr gut zu Borussia Mönchengladbach passen. Natürlich wäre er wahrscheinlich auch sogar verfügbar, wenn Nürnberg absteigen würde. Dodi Lukebakio, der Düsseldorfer, steht wohl auch bei Gladbach auf der Liste. Der Nürnberg für die Flügel. Er ist ein sehr, sehr schneller Spieler und könnte ebenso wie Kylian Hazard, der Bruder von Thorgan Hazard, eben denjenigen Hazard beerben auf den Flügeln. Ob Lukebakio wirklich ein Thema ist, ist aber eher fraglich. Düsseldorf hat ihn ja ausgehend von Watford. Die sind sehr froh über seine Entwicklung und wollen ihn wohl erstmal selber haben im Sommer. Dortmund wurde ja auch schon genannt und mit Lukebakio in Verbindung gebracht. Ob Gladbach dann wirklich auch eine Chance hätte, muss man mal sehen. Ich glaube auch eher nicht, dass Lukebakio so eine zentrale Rolle spielt. Kylian Hazard ist auch die Frage, ob er wirklich dann auch schon gut genug ist, um Thorgan Hazard zu beerben. Ich denke mal, sollte Hazard gehen, braucht man dann schon nochmal ein anderes Kaliber als sein Bruder Kylian oder auch Dodi Lukebakio. So, und dann noch die wichtigste Personalie, sicherlich für viele Gladbach-Fans. Max Kruse, würde er vielleicht zurückkehren, kehrt er im Sommer zurück? Bremen möchte seinen Vertrag sehr gerne verlängern im kommenden Jahr. Im Sommer könnte Bremen nochmal ordentlich Kohle mit ihm machen. Bestimmt sollten Interessenten kommen wie Gladbach, wie vielleicht auch Borussia Dortmund. Und bin ich mir sicher, da werden wahrscheinlich Summen von 20 bis 30 Millionen oder sagen wir mal 20 bis 25 Millionen Euro möglich sein. Ob Gladbach das zahlen will, weiß ich nicht. Aber er würde richtig gut reinpassen. Das ist klar, er hat auch schon damals bei Gladbach seine stärkste Zeit gehabt. Gut, natürlich mit seiner Bremer Zeit, aber er ist ja auch extrem stark. Deswegen halte ich Rückkehr Max Kruses für realistisch. Zumindest für möglich. Kruse hat noch hohe Ziele, er will europäisch spielen. Das kann aber Bremen vielleicht. Bremen steht ja aktuell ganz gut da, da es vielleicht noch mit der Euroleague klappen könnte. Sollte das nicht klappen, kann ich mir vorstellen, dass Kruse den Weg zu Gladbach finden wird. Das nächste Thema ist die Mannschaft. Wie sie im nächsten Jahr aussehen könnte. Ich habe jetzt nicht alle Gerüchte mit reingepackt, sondern eben den Kader so dargestellt, wie ich ihn mir vorstellen könnte. Deswegen sehen wir jetzt auch oben Neuzugang, also ein externer Neuzugang. Der ist orange markiert und Leihspieler, die ihm zurückkommen in den Kader, die sind blau markiert. Das werden wir gleich bei den Mittelfeldspielern nochmal ein bisschen sehen im Tor. Bleibt, denke ich mal, alles beim Alt mit Jan Sommer, Tobias Sippel und Moritz Nikolas. Da hat man auch keinen Druck, da irgendwas zu verändern. Rechts hinten hat man Michael Lang, der dort gesetzt ist und eingewächst Jordan Bayer. Ich denke mal, da wird auch nicht wirklich viel getan, denn Tunde Janschke zum Beispiel kann da ja auch spielen, der in der Endverteidigung weiterhin wohl back up sein wird. Ich bin erstmal davon ausgegangen, dass Elwedi gehen würde. Ginter bleibt und dann noch Niklas Stark hinzukommen als starker Endverteidiger. Und dann noch William Saliba als Youngster ebenso wie Florian Mayer, der ja auch aus der eigenen Jugend stammt. Und dann hinten links haben wir zum einen Andreas Paulsen, der Youngster, und eben Tim Leibold, weil ich mir das wirklich sehr gut vorstellen kann. Auch eine Vertragserlängerung von Wendt ist nicht ausgeschlossen, ist realistisch, dass das noch passiert. Sollte er gehen, kann ich mit Tim Leibold auf jeden Fall gut vorstellen. Im Mittelfeld haben wir Christoph Kramer und Tobias Strubbel für die 6er Position. Ich denke mal, daran wird sich nichts ändern. Florian Neuhaus, Jonas Hofmann, Michael Cuisance für die 8er Position. Und dann kommen auch noch Laszlo Benes und Jakob Italiano zurück. Deswegen diese beiden blau markiert, die erstmal mal zurückkommen. Ob sie dann schon eine zentrale Rolle spielen können, wird man sehen. Aber Laszlo Benes, da könnte ich mir vorstellen. Denn wird, dass er wirklich auch direkt mal eingeplant werden würde für die 8er Position. Und da vielleicht auch eine gute Rolle spielt. Auf Ausnahme war dann noch Fabian Johnson, Keane, Bennett, Patrick Herrmann und Ibrahima Traore. Die allesamt jetzt, ja, irgendwie zwischen Startelf und Bank immer mal wieder durchgewechselt wird. Immer mal wieder rotieren. Sie werden wahrscheinlich erstmal am Anfang der Saison noch im Kader stehen. Wer dann am Ende noch da sein wird, werden wir mal sehen. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall entschieden, oder für mich die Entscheidung getroffen, dass Thorgan Hazard Gladbach verlassen wird. Ich habe jetzt hier erstmal Kilian Hazard hingeschrieben. Ich könnte es mir wirklich vorstellen, dass man ihn holt. Halt es aber eher für realistischer, dass man sich ihn etwas stärkeren holt. Der vielleicht auch schon im Bundesliga gewöhnt ist, der hat die Flügel nochmal auf ein anderes oder ein ähnliches Level heben kann, wie es eben Thorgan Hazard gemacht hat. Aber wenn wir gleich nochmal auf die Aufstellung gucken, dann kann man sich auch vorstellen, dass vielleicht auch ein Kilian Hazard kommt, der eben dann noch nicht direkt in die zentrale Rolle des, ja, Thorgan Hazards schlüpfen wird. Und im Sturm dann noch Kapitän Lars Stindl, Max Kruse. Wie gesagt, ich halte es wirklich für möglich. Alassane Pler, natürlich Julio Vialba und Thorben Müssel als zwei Youngstars. Und nun natürlich die alles entscheidende Frage, wie könnte eine Aufstellung von Borussia Mönchengladbach im nächsten Jahr aussehen? Das wäre meine Elf. Ich denke mal, unbestritten ist 4-3-3. Das hat so gut funktioniert, das wird auch weiterhin wahrscheinlich auch gut funktionieren. Und das bleibt alles beim alten Sommer im Tor. Lang und Ginter, wenn er bleiben sollte, Matthias Ginter, natürlich gesetzt. Und dann eben Niklas Stark für Nico Elwedi und Tim Leibold für Oskar Wendt. 3er Mittelfeld, da hat man viele gute Spieler, da hat man auch einen Christoph Kramer, der in Serna dran ist, ein Zakaria, den ich gerade vergessen hatte. Der ist natürlich jetzt in meinem Kader gegangen. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass man sich dann gar nicht irgendwie Neues holt, sondern Laszlo Benes dann seine Rolle einnimmt. Dann haben wir eben ein 3er Mittelfeld mit Neuhaus, Hofmann und Strobl. Und vorne drin habe ich mich jetzt mal für 3 eigentlich zentrale Stürmer entschieden. Mit Plea auf außen, mit Kruse zentral und Stindl rechts. Wie gesagt, soll es Thorgen Nassar gehen, könnte ich mir auch diese Variante sehr gut vorstellen. Mit Max Kruse dann vorne drin, dass man nochmal ein bisschen oder noch mehr Variabilität hat und sich dann eben zum Beispiel einen Kilian Nassar holt, der erstmal nur von der Bank kommt. Das wäre also meine erste Elb. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie du Borussia Mönchengladbach im nächsten Jahr aufstellen würdest. Und zu guter Letzt geht es noch ums nächste Video. Ich hatte eigentlich geplant, dass wir wirklich diese 18 Bundesligisten, wie wir es auch beim Bundesliga-Check machen, unter die Lupe nehmen. Da es aber aktuell sehr gut aussieht, dass Hamburg aufsteigt, habe ich die jetzt auch nochmal dabei gefragt. Also ihr könnt jetzt oben abstimmen, welches Team als nächstes drankommen soll. Leverkusen, Bayern München oder der Hamburger SV. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja.